Hallo, ich bin die Susanne, ich bin hier gerade in Oberlech, gebe ein Yoga-Retreat in der Sonnenburg und was euch wettermäßig erwartet, erfahrt ihr jetzt gleich. Heu miteinander zum wetterigen Regionalwetter aus einem winterlichen Oberlech auf etwa 1750 Meter. Ja, schaut, da haben wir schon sehr winterlich aus und das ist schon das Motto für den kommenden Tag. Und wenn wir uns den Satellitenfilm anschauen, dann sehen wir, wie wir eben von Südeuropa her die fürchte Luftmasse über die Alpen gleitet und über Frankreich allmählich auch schon Richtung Schweiz jetzt die kalte Luft einsickert und am Frittag, am späteren Nachmittag, Frittagabend und dann vor allem auch in der Nacht auf Samstag für zum Teil Schneefall bis etwa 900 Meter sorgt und der Schneefall oder die Schneefallgrenze, die gerade in der Nacht auf morgen Samstag, aber kein so auf 700 Meter, lokal sogar bis auf 600 Meter. Und hauptsächlich auch zum Treffen sind die Niederschläge oder die Schneefälle im Rätikongebiet und auch im hinteren Prägerzerwald, zum Beispiel der Mülz oder auch am Hochdarmberg oder da zum Beispiel am Allberg. Wir erwarten uns so Mengen bis so um die 5 bis maximal 10 Zentimeter neue Schnee und im Gebiet vom Hochdarmberg, da könnte es auch noch ein bisschen mehr Schnee. Bedeutet, dass eben die Straßen so ab 1300 bis 1400 Meter auch mal Schneefahrbahnen haben könnten für kurze Zeit. Und jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um sich Auto noch winterfit machen. Der Samstag bringt noch letzte Schneeschau bis etwa um die Mittagszeit umeinander. Es dürfte aber auch schon auf dem Bodensee immer wieder mal ein bisschen auflockern. Und der Samstag Nachmittag, der bringt dann immer mehr eine sonnige Phase vom Bodensee und vom Riettal her. Die Temperaturen, die blieben aber noch sehr, sehr kühl und winterlich. Ja und in der Nacht auf Sonntag den klaren Himmel und das bedeutet, die Temperaturen, die gehen sehr stark nach unten und erreichen selbst im Riettal wahrscheinlich am Sonntagmorgen so Werte um die 0 Grad. Es könnte also verbreitet da im Riettal zum ersten Frost kommen. Der Sonntag bringt traumhaft sonniges Wetter. Vor allem dort, wo es denn so schön verschneit ist, wird der Pulverschnee glitzern. Die Temperaturen, die sind nämlich auch am Sonntag kalt. Eher schon verglichbar mit Mitte Dezember statt Mitte November. Und vor allem mit der Höhe strahlender Sonnenschein in der Bode-Region. Da unten vereinzelte Nörbelfelder und am Montag noch einmal ein ähnlicher Tag. Wir haben da nämlich ein Hochdruckgebiet, das dominiert über Mitteleuropa. Am Montag allerdings, da könnte sich über der Täler-Dunau zum Teil auch Hochnerbel ausbilden. In der Berg blieb es denn noch recht schön und die Temperaturen kann leicht nach oben. Auf 2000 Meter so knapp über 0 Grad. Der Dienstag, der bringt den Wolkanaufzug und zum Mittwoch einhe. Da kommt wahrscheinlich noch einmal eine Störung und könnte den auch Schneeflocken bis relativ weit dahe bringen. Wenn ihr noch nicht mittippt habt, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit auf Wetterringer Tee. Machen mit beim Schneetippspiel und gewinnen einen für diesen toller 8 Preis. Alles was ihr da braucht, ist zum Erraten, wen fällt in Feldkirch der erste Schnee. Ja und das könnt ihr gesehen nächste Woche eventuell schon so weit sehen. Es wird eine ganz knappe Angelegenheit und wenn wir nachher draussen schauen, im Ausblick, da sehen wir das Geist, dann immer wieder einmal eine Adria-Di-Formenanz über Mittelmeer, da unten füchte Luft, die jetzt hier rauf kommt. Hauptsächlich auf der Alpen Südseite, aber dann noch weiterhin recht kalt auf der Alpen Nordseite. Ja und so wie es momentan ausschaut, bleibt es dann noch eher winterlich. Das war's mit dem Ausblick da aus dem frisch verschneiten Lech am Arlberg, Oberlech. Mich würde jetzt freuen, wenn ihr uns auf YouTube abonniert, unseren Beitrag liken und teilen. Und ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschöses Wochenende. Ciao miteinander. Das war's mit demetzten Aktuellen. MIT DEA